Wir sind hier in Rietobel, das ist Wald-Ausserrode. Wir machen hier alle Wasserleitungen neu, zum Beispiel die Stehmauere und eine Betonmauere. Alle Schächzen neu und dann schlussendlich auch die Belage und die Funktionsschicht werden neu. Ich bin Simon, ich bin 18 Jahre alt und ich bin 2. Leo als Strassenbauer und heute zeige ich euch, wie es auf dieser Baustelle läuft. Zu meinem Baustellenteam gehören die zwei Chosets, der Nihat und diese sind alle drei Facharbeiten. Markus ist Backenführer, Patrick ist unser Polier, Remo ist unser LKW-Chauffeur und Albert, mein Lehrlingsbetreuer und unser Bauführer. Als ich angefangen habe, war es für mich keine Umstellung, weil wir zuhause bauern. Und dann hat man den auch jeden Tag, hat man den Abend. Dann ist man sich da gewöhnt. Der Lernende soll natürlich in erster Linie mal das Lernen, was er im Sinne hat. Also der Beruf Strassenbauer jetzt bei uns. Ganzsätzlich sollte man ihn schon ein bisschen einsetzen und betreuen und ausbilden. Man will ihm das Zeug erklären, lassen ihn machen, kontrollieren und korrigieren. Es soll nicht eine Hilfskraft sein oder eigentlich ist der Lernende bei uns, also gut im Team integriert und ich denke, wer wird der Meister noch oder so sein. Dann schaut man natürlich, dass man das Lernende, das im dritten Jahr ist, dass man dann vielleicht schon mal selber mit einem Mann etwas machen lässt und dass dann der Baustellenchef ist der Lernende. Mit allem muss man auch einen Rapport schreiben, man muss es rapportieren und ein bisschen organisieren. Mit dem Bauführer sind wir natürlich. Da schaut man eigentlich schon, dass man es dann ein bisschen fördert und fordert auch. Das ist das Ziel eigentlich von der Ausbildung. Wenn man hier Strassenbauer sieht, dann fahren viele Eltern sich vorbei und denken, was mache ich die so lange da? Manchmal ist man vielleicht zwei Jahre an dieser Baustelle dran und die denken dann immer, was sind die so lange da? Und da ist halt ganz viele Steine der Hände. Man muss sie einmal planen. Dann hat man einen Auftrag von irgendeinem Bauherr und dann kommt es zur Ausführung. In der Planungsphase kann man mal über ein paar Wochen bis ein paar Jahre gehen. Je nachdem, wenn man dann noch Einsprachen und Vereinigungen behandeln muss von Anwohnern, von Umweltverbänden und so. Wenn das Projekt dann bewilligt ist, dann kommt es zur Ausführung. Die Ausführung ist eigentlich der kürzeste Teil normalerweise von einer Bauphase. Vorher und nachher ist es eigentlich immer viel länger. Ich habe eigentlich keine Ebene, die mir am besten gefällt. Ich gehe einfach gerne auf die Baustelle und ich weiss, dass ich viele verschiedene Sachen am gleichen Tag machen kann. Und dann gibt es auch eine unheimliche schöne Abwechslung. Und am Abend kann man viel erzählen und man weiss, dass man viel gemacht hat. Am liebsten gehe ich auch ab und zu auf den Backen. Das Backen sieht einfach aus, aber man muss auch präzise umgehen mit dieser Maschine. Dass es am Schluss ein gutes Ergebnis gibt. Ich bin jetzt im zweiten Lehrjahr. Ich komme ins dritte. Und nach dem Lehrjahr wäre es schön, wenn ich zum Maschinist werde. Aber ich schaue, was es sich ergibt. Auf dem Bau haben wir natürlich gute Weiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten. Wenn man die Grundausbildung gemacht hat, dann fängt es eigentlich erst an. Dann hat man das Fundament gemacht und dann kann man sich weiterbilden. Ein klassischer Werdegang ist vielleicht vom Strassenbauer zum Vorarbeiter. Dann vom Vorarbeiter zum Polier. Vom Polier macht man in der Regel den Bauführer. Dann kann man auch den Baumeister machen. Und dann kann man sich natürlich in alle Richtungen vorwärts entwickeln. Man kann auch den Baumeister führen. Man kann sogar selbst einen Unternehmer führen. Die Möglichkeiten sind fast unbegrenzt. Wenn du bereit bist für eine Karriere auf dem Bau, dann informiere dich doch bei www.bauberufe.ch